Wenn zwei starke Männer einander gegenüberstehen, kämen sie auch von entgegengesetzten Enden Randy Duggan wurde im Dorf Loch Du in den schottischen Highlands Macho Man genannt und schien diesem Namen gerecht zu werden. Er war ein Hühne, rund 1,90 Meter groß, hatte breite, kräftige Schultern, eine niedrige Stirn und war tätowiert. Seine Beine muteten seltsam kurz für seine Statur an und sein fettiges Haar war so lang, dass es sich auf seinem Kragen kräuselte. Er trug Lederjacken mit langen Fransen, bizarre Brillen mit Lamellen wie Jalousien und bunte Hüte. Die Einheimischen versammelten sich in der Bar von Loch Du, nur um zu sehen, wie er Bierdosen in einer seiner großen Fäuste zerquetschte. Und er sprach mit einem leichten amerikanischen Akzent, was zu seiner Behauptung passte, dass er mal professioneller Ringer in Amerika gewesen war. Den ehrfürchtig staunenden Dorfbewohnern kam es vor, als wäre Randy schon überall gewesen, hätte alles gesehen und erlebt. Er war in Florida von Räubern überfallen worden, die er erschossen hatte, und von der Polizei für seine Tapferkeit geehrt worden. Er war Holzfäller in Kanada gewesen und hatte in Alaska Bären geschossen. In Loch Du kannte man niemanden sonst, der schon so in der Welt herumgekommen war. Wobei es hier nicht schwer war, zu einer Sensation zu werden, Loch Du war ein verschlafenes Highland-Dorf in Sutherland, so weit im Norden, wie es auf der Hauptinsel Großbritanniens nur möglich war. Im Hochsommer kamen hin und wieder Touristen her, doch die meisten von ihnen verschlug es höchstens bis Inverness. Vielleicht hätten die Highlander Randy in ihrer gelassenen Art sogar hingenommen. Da sie nun einmal erstklassige Lügner waren und ein Fable für wilde Geschichten hatten, neigten sie selten dazu, bei Anekdoten kleinlich zu sein, am allerwenigsten bei ihren eigenen. Und wäre Randy niemals mit Kritik oder Konkurrenz konfrontiert worden, wäre vielleicht alles beim Alten geblieben und es wäre nie hässlich geworden. Natürlich trug das Wetter zur allgemeinen Anspannung im Pub von Loch Du bei, als Randy Duggan eines Tages wie üblich große Reden schwang. Ein anderer Grund, weshalb Randy solch ein treues Publikum hatte, war seine Spendierfreude. Wegen letzterer war der Fischer Archie McLean, einer von Randys verlässlichsten Zuhörern, kaum nüchtern gewesen, seit der Mann im Dorf angekommen war, dank Randys Großzügigkeit. Wieder einmal war es ein elend nasser, unwirtlicher Tag. Vom Atlantik zog ein Schauer nach dem anderen herbei und regnete sich über Loch Loch Du dem Meeresarm aus. Und die Gnitzen, jene lästigen Highland-Mücken, bildeten schwarze Wolken in der Luft. Der Regen schien sie nicht zu schrecken. Die Luft war schwülwarm und stickig. Es war der zehnte Regentag in Folge, und die Feuchtigkeit war in sämtliche Ritzen gekrochen. Die Kleidung klebte den Leuten am Leib. Und wo sie es nicht tat, stachen die Gnitzen erbarmungslos zu. In Patals Dorfladen war an diesem Tag das Mittel gegen die Mücken ausgegangen. Randy hatte sich mit seinen Geschichten geografisch in den Nahen Osten begeben. Der kleine Geordie McKenzie, seines Zeichens pensionierter Lehrer, bekam leuchtende Augen. Für gewöhnlich war er schüchtern und still. Er war erst kürzlich nach Loch Du gezogen und hatte bisher keine Freunde im Dorf gefunden. Als Randy bei seiner Erzählung von einem Essen in einem Beduinenzelt eine Pause einlegte, um einen Schluck Bier zu trinken, ertönte Geordies näselnde, hohe Stimme. Ich war während meines Militärdienstes in Libyen, und da ist mir etwas sehr Komisches passiert, als wir auf Manöver in der Wüste waren. Aber niemand sollte erfahren, was Geordie in der Wüste widerfahren war, denn der Macho Man sah den Lehrer wütend an und erhob die Stimme. Keiner könne ihm irgendetwas über den Nahen Osten erzählen. Er hatte Schafsaugen gegessen, eine illegale Schnapsbrennerei in Saudi-Arabien betrieben und war in Riyadh ins Gefängnis gekommen, aus dem er fliehen konnte, bevor ihm die Hand abgehackt werden sollte. Geordie wirkte gekränkt, und Archie McLean begann, sich über Randy zu ärgern. Der großgewachsene Mann hätte den schüchternen Geordie doch ruhig mal was sagen lassen können. Die Luft in der Bar war stickig von Zigarettenqualm, und Archies Frau hatte sein Hemd in ihrem Sauberkeitswahn so sehr gestärkt, dass der Kragen unangenehm an den Gnitzenstichen an seinem Hals scheuerte. Archie sah, wie Geordie sich leise nach draußen schlich, und folgte ihm. »Gib nichts auf den«, sagte Archie, als er Geordie McKenzie eingeholt hatte. »Er macht gerne fiese Witze.« »Er ist ein Aufschneider und ein Lügner«, entgegnete Geordie pikiert. »Ich glaube ihm kein Wort.« »Ja, ich habe auch bald genug von ihm«, gab Archie zu. »Früher haben wir zusammengesessen und ein bisschen getratscht. Jetzt müssen wir alle diesem Großkotz zuhören, der gar nicht aufhört zu reden.« »Verdammte Gnitzen! Die haben dieses Jahr Zähne wie Rasierklingen.« »Ah, hier kommt unser Dorfpolizist. Kennst du Macbeth schon?« »Ich habe den Constable mal im Dorf gesehen, aber noch nicht mit ihm gesprochen«, antwortete Geordie. »Hey, Macbeth«, rief Archie. »Kommen Sie her und lernen Sie den neuesten Dorfbewohner kennen.« Sie waren am Hafen angekommen, wo ankernde Fischerboote auf den öligen Wellen wippten. Es war Sonntag, der Tag des Herrn, was bedeutete, dass die Bar zwar geöffnet hatte, aber zum Fischen rauszufahren als unverzeihlicher Verstoß gegen das Ruhegebot galt. Hamish Macbeth, Police Constable in Loch Du, schlenderte am Wasser entlang auf sie zu. Er war ein hochgewachsener, schlachsiger Highlander mit feuerrotem Haar, einem schmalen, fein gezeichneten Gesicht und haselnussbraunen Augen. Geordie schätzte ihn auf Mitte dreißig. »Dies hier ist Geordie McKenzie«, sagte Archie. »Er ist neu nach Loch Du gezogen.« »Ja, ich weiß«, antwortete Hamish im Sing-Sang der Highlander. »Sie haben das Cottage oben ein Stück hinter den Curries gekauft. Woher kommen Sie?« »Aus Inverness, Mr. Macbeth.« »Hamish«, sagte der Polizist. »Ich heiße Hamish.« Er lächelte sanft und dem einsamen Geordie wurde wärmer ums Herz. »Dann also Hamish.« »Ich bin eben aus dem Pub da drüben geflohen, Hamish, weil ich die Lügen und die Prallerei von diesem Randy Duggan nicht mehr ausgehalten habe.« »Ein paar Lügen tun keinem weh«, meinte Hamish unbekümmert. Schließlich erzählte er selbst so manch eine. »Und Sie müssen ihm ja nicht zuhören.« »Oh doch, das ist es ja«, erwiderte Geordie, der sich erneut aufregte. »Seine Stimme ist recht dominant da drinnen.« »Ja, mag wohl sein. Aber solange er die Getränke spendiert, wird es immer Leute geben, die ihm zuhören«, wandte Hamish ein. »Stimmt's nicht, Archie?« »Ach, na ja«, Archie McLean scharrte mit den Füßen. »Zuerst war es ganz lustig, doch jetzt wird es langsam zu viel. Und einem so großen Kerl kann man schlecht sagen, dass er die Klappe halten soll.« »Ah, da irrst du«, meinte Geordie, den diese freundliche Unterhaltung kühner machte. »Er hat es sicher noch nicht oft mit einem gebildeten Mann zu tun bekommen.« Hamish sah amüsiert aus. »Wir sind nicht alle Dorftrampel, Geordie.« »Verzeihung«, sagte der pensionierte Lehrer hastig. »Ich wollte nicht unhöflich sein, aber jemand sollte ihm die Stirn bieten.« »Seien Sie vorsichtig«, warnte Hamish ihn. »Je länger die letzte Prügelei her ist, desto mutiger werden die Leute. Und ich habe so ein Gefühl, dass dieser Randy ein unangenehmer Gegner sein könnte.« »Ich glaube, auf ihn trifft die Redensart zu. Große Klappe und nichts dahinter«, entgegnete Geordie. Hamish betrachtete den kleinen Mann nachdenklich. »Geordie McKenzie musste Ende sechzig sein«, dachte er, »und hat sich wahrscheinlich nicht mehr geprügelt, seit er ein Schuljunge war.« Der faule Hamish roch Ärger, wenn welcher anrückte, hatte jedoch keine Lust, etwas dagegen zu unternehmen. Randy Duggan war vor wenigen Wochen aus dem Nichts aufgetaucht. Er hatte versucht, ein Zimmer im Tommelcastle-Hotel zu buchen, aber Colonel Halberton Smythe, der Besitzer, hatte einen entsetzten Blick auf den Mann geworfen und gesagt, es wären keine mehr frei. Daraufhin hatte Randy ein Ferien-Cottage oben am Hügel nahe dem von Geordie gemietet. Der Colonel hatte mehrere bösartige Fälle von Vandalismus gemeldet, zerschnittene Zäune, unflätige Worte, die auf die rückwärtige Mauer des Hotels gesprüht worden waren und eingeschlagene Fensterscheiben bei der Geschenkboutique des Hotels. Hamish fragte sich, ob Duggan, der Macho Man, Rache an dem Colonel nahm, hatte bisher indes dafür keine Beweise. Hamish glaubte allmählich, dass der hünenhafte Mann ein Schwindler war. Wenn er einiges getrunken hatte, klang sein... ... ... ... ...